Wie lange bist du bei der Bargerätung jetzt? Wie lange bist du bei der Bargerätung jetzt? 70 Jahre. 70 Jahre. Das ist ja wahnsinnig. Guter, guter Respekt. Ja, mit den 70ern, mit den Schützen, gell? Mit den Schützen. 70 Jahre auch bei der Schützen-Kompagnie. Pfalz, St. Jodok. Am jangenen Juli haben wir das Bataillonsfest gehabt in Liebertauner. Ich habe meine 70-jährige Ehren gehabt. Ja, das habe ich gehört. Dann hat sich das herauskristallisiert. Ältester Schütz von Bataillon Wiptal. Eisestecken aus unserer Bataillon. Wiptal. Eisestecken. Und der älteste Schütz von Bataillon. Der weißte Schütz von Bataillon. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Aber das ist ja klar. Und er hat sich jetzt in Körnchen zu kommen. Das ist ja klar. Er ist ja klar. Das ist ja klar. Sollte ich. Es ist ja klar. Es tat ich mich, was ich jetzt. und ich bin so ein bisschen was ich bin so ja 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 Vielen Dank. Ohne, ich fährt ein wenig. Super Alexander. Geht schon, gell? Super. Wahnsinn. Du bist der Teufel. Bin ich weg? Bitte, bitte. Das gleiche. Ja, sowieso. Nein. Ich glaube, ich bin der Teufel in der Mitte. Ich habe sie mitgemacht. Sie ist gut. Und sie ist gut. Das ist nicht so. Ich finde es irgendwie. Ich glaube, sie sind nicht so gut rum. Ich bin der Teufel. Ich bin der Teufel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020